Ah, da bin ich schon. Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei St. Pauli Shop TV. Hallo ihr Lieben, mein Lieber Ronny, heute müssen wir wirklich über ein großes Problem sprechen. Zumindest einige von euch haben wahrscheinlich zu Hause ein Buch. Warum nicht? Ich habe auch ein Buch zu Hause. Ich habe auch ein Buch, ich habe dieses Buch heute mal mitgebracht. Schaut doch mal. Als belesener Mensch möchte man natürlich gerne sein Buch zeigen. Es soll ja irgendwo stehen und, sage ich mal, zufällig entdeckt werden vom Besuch. Nur leider, es fällt immer um. Wer will dann schon die ganze Zeit mit diesem Buch unter Brust so da sitzen? Selbst mit einer Hand sieht das komisch aus. Das ist irgendwie peinlich. Es ist peinlich und auch so sieht das nicht gut aus. Angenommen, ich halte das Buch die ganze Zeit so fest nicht gut und man will die Hände ja frei haben. Vielleicht ist ein Buch dabei, den man anfassen will oder sowas. Zum Beispiel? Da braucht man beide Hände. Wir zeigen das einfach mal, wie das dann aussieht. Mal sehen, was mit dem Buch passiert. Hier hat mir das Lächeln auf den Lippen. Da geht so viel kaputt in dem Moment. Ja, aber das muss nicht sein. Nein? Nein, denn St. Pauli Shop TV hat für Sie zu Hause die Lösung. Exklusiv nur hier bei St. Pauli Shop TV. Die St. Pauli Shop TV. Buchstürze. Da ist sie. Jetzt stellt man das Buch auf und was passiert, lieber Jens? Schau mal. Oh nein! Ja, aber nein, 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 nein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Keine Aufregung, denn St. Pauli Shop TV hat gesagt, wenn Sie zu Hause eine St. Pauli Shop TV Buchstürze kaufen, bekommen Sie die zweite kostenlos dazu. Und schon steht das Buch. Hast du gerade kostenlos gesagt? Ja, ich habe kostenlos. Eine zweite kostenlose St. Pauli Shop TV Buchstürze. Nicht nur das. Und jetzt sehen Sie auch, die Idee funktioniert. Der Plan geht auf. Und weißt du was? Schau doch mal, wie schön das Buch steht. Wir können uns umarmen. Das ist toll. Meine Damen und Herren, bestellen Sie jetzt die St. Pauli Shop TV Buchstürze. Ganz schnell ran an die Bestellhotline. Eine ganz limitierte Stückzahl. Und richtig, richtig schön das Buch zu Hause hinstellen, ihr Lieben. Ich freue mich auf eure Anrufe.